Erzählst du eine Geschichte? Ach komm! So eine schöne Geschichte erzählst du? So eine schöne Geschichte? Guten Morgen! Ich nehme euch heute wieder eine Runde mit in diesem Video. Ich habe mich soweit jetzt schon ready gemacht. Also ich bin geduscht. Ich habe dazu den kleinen Mann hier immer in dieser Wippe. Die nehme ich mit ins Bad. Dann kann ich mich ganz schnell abduschen. Bin jetzt aber noch nicht fertig geschminkt. Das mache ich dann später. Jetzt ist erstmal die Bella dran. Wir gehen gemeinsam Gassi. In den Wald. Die Sonne scheint nämlich total schön. Da ist man direkt besser gelaunt. Die Jalousien mache ich jetzt auch gleich hoch. Und ja, dann lassen wir die Sonne rein. Ich freue mich riesig. Also ja, der Frühling kommt. Ich habe auch schon voll die Frühlingsgefühle. Also ich hätte gern Frühjahrsputz. Und zwar jetzt sofort. Ich habe schon ein bisschen angefangen. Ich habe so das Gefühl, ich möchte alle Schubladen ausräumen, aussortieren. Alles schön sauber machen. Und ja, lasst mich gerne mal wissen, ob es euch genauso geht. Heute habe ich mir den Apothekerschrank vorgenommen in der Küche. Eine große Schublade habe ich gestern Abend schon gemacht. Irgendwie bis halb elf oder so. Weil ich so voll drin war. Und der Kleine hat schön geschlafen. Da passt es ja. Da muss ich die Zeit immer nutzen. Jetzt ist er auch gerade noch eingeschlafen. Deshalb hatte ich jetzt noch die Betten gemacht. Unten habe ich schon die Betten gemacht. Ja, ich versuche dann halt natürlich immer die Zeit zu nutzen. Aber ich mache ihn mir dann ins Tuch hier rein. Er möchte jetzt eh gleich noch gestillt werden. Und dann passt es ganz gut. Dann gehen wir eine Runde raus. Hier räume ich dann auch noch auf. Mein Sideboard sieht echt schlimm aus. Als hätte eine Bombe eingeschlagen. Da sind noch die Bücher vom Lissandro. Da sind noch Geschenke für eine Babyparty. Und ja, noch ein paar restliche Sachen. Die muss ich, wie gesagt, aufräumen. Und ansonsten habe ich mir jetzt hier auch schon meinen Staubsauger bereitgestellt. Der Bobby wartet auf seinen Einsatz. Und der Eimer Wasser mit dem Putzteil, damit ich die Böden wischen kann. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal eine Runde raus. Und ja, dann wünsche ich euch schon mal ganz viel Spaß bei diesem Video. Wo habe ich gerade hingefilmt? Wahrscheinlich so, oder? Sorry. Also ganz viel Spaß beim Video. Los geht's. So, wir sind ready. Natürlich brauche ich noch andere Schuhe, ne? Ist klar. Bella, komm. Bella. Ja, was ist denn los? So, auf geht's. So. 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 Ich habe es jetzt geschafft, den kleinen Mann aus dem Tragetuch hier reinzulegen. Und er schläft tatsächlich noch. Da nutze ich jetzt natürlich noch die Zeit. Und schaue mal, wie weit ich komme in der Küche. Also ich hatte mir ja den Apothekerschrank vorgenommen. Schaue ich jetzt einfach mal, ne? Wenn er wach wird, ist ja schön. Freue ich mich natürlich. Aber jetzt nutze ich noch die Zeit, während er schläft. Und gehe mal in die Küche. So. So, jetzt habe ich alles sauber. Hier und hier und weiter oben. Allerdings sieht es hier nicht so fresh aus, wie man sehen kann, die ganzen Wasserflecken. Die mache ich jetzt hier mit meinem Lieblingsmittel. Das ist auch schon so gut wie leer. Ich muss da ein neues bestellen. Das kaufe ich immer bei Amazon. Hatte ich euch auch auf Instagram gezeigt. Damit mache ich auch meine ganzen Fronten hier und hier meine ganzen Geräte. Und da gehe ich jetzt eben auch mit diesem Teil hier dran. Ich habe hier einfach immer so Teile, die ich mir zurechtschneide aus alten T-Shirts oder so. Und da gebe ich ein ganz kleines bisschen drauf und dann poliere ich eben. Ja, genau. Und das mache ich jetzt einfach mal. So, ich kann euch das ja mal zeigen. Einfach hier so ein bisschen drauf. So, und dann so. So. Und dann poliere ich das Ganze natürlich noch mit der Rückseite. Also, der quasi kein Mittel ist. So, und dann sieht es wieder richtig schön aus. Jetzt machen wir das hier oben nach, wo ich gerade war. Ja. Perfekt. So, sieht definitiv besser aus als vorher. Und jetzt kommt das ganze Zeug hier rein. Okay, los geht's. Ich würde mal sagen, es sieht definitiv besser aus als vorher. Und es ist alles schön sauber. Das ist natürlich wichtig. So, jetzt zeige ich euch mal die Schublade, die ich gestern Abend gemacht habe. Und zwar diese hier. Alles komplett raus, ausgewischt, aussortiert, neu sortiert und so weiter. Bin ich jetzt ganz froh, dass ich das gemacht habe. Und ich würde sagen, wir kochen jetzt eine Runde zusammen. Es gibt Gulasch. Der kleine Schatz schläft nämlich noch. Und während das Gulasch dann quasi hinten in meiner französischen Maschine ist, dann wische ich durch. Und ja, also ich sauge erst mal durch und dann wische ich durch. So machen wir das jetzt. Jetzt gucken wir mal, ob er noch schläft. Ja, der schläft noch. Sehr gut. Oh, der liebt diese Wippe. Kann ja ganz gut schlafen. Schaut mal, wie süß das ist, was er heute anhat. Ganz goldig mit diesem Häschen. Ganz süß. Haben mir welche auf Instagram geschrieben, dass es zu mir passt, weil ich so eine große Brille habe. Ne, Bella? Und du passt immer schön auf den Liam auf, ne? Du passt immer schön auf, ne? Genau, das ist lieb von dir. Was ist denn los, Bella? Das Fleisch habe ich heute wie immer bei Edeka mitgenommen. Und ich muss euch ehrlich sagen, dass ich gar nicht zufrieden bin diesmal. Also es ist sehr faserig, wie man hier sehen kann. Ich schneide Fleischstücke immer nochmal durch und noch viel kleiner, weil ich das nicht mag. Für meine Kinder werden da so riesen Brocken im Essen sind. Ich habe jetzt hier Butter heiß gemacht. Und jetzt versuche ich das gerade mit einer Hand hier rein zu machen und das gelingt mir nicht. Moment, mit zwei Händen geht es dann doch besser. Ich brate es jetzt ganz scharf an. Mit Paprika habe ich hier. Und Salz, bisschen Pfeffer. Und dann, ja, kommt das Ganze in die Küchenmaschine. Und während es gleich anbrät, kümmere ich mich mal hier um die Zwiebeln. Die kommen jetzt allerdings nochmal in die Küchenmaschine. Dann werden sie natürlich nochmal viel feiner. So, jetzt ist er aber wach. Jetzt ist er wach. Ja. Komm her. Ja, dann, da ist er der kleine Schatz. Hast du schön geschlafen? Hast du schön geschlafen? Hm? Ja? Ganz toll hast du das gemacht, mein Schatz. Ganz toll. Hm? Bella bewacht hier die Lage, ne? Ja, ne? Der kleine Mann, der trinkt gerade. Hm? Du willst hoch, ne? Gibst zu. Darfst du aber nicht. Darfst du nicht, Bella? Hm? Bist du da traurig? Wir gehen jetzt dann nochmal raus, ne? Die Sonne scheint so schön. Ja, ne? Magst du hoch? Und hopp. Du merkst, dass du keinen Platz hast, ne? Komm mal her. Jetzt hast du Platz. Ja, genau. Schön auf die Decke, die ich frisch gewaschen habe. Oh Mann. Geht gar nicht, Bella. Geht gar nicht. Hm? Muss ich die wieder waschen? Und du? Bist zufrieden? Hm? Alles klar. Läuft beim Hund, ne? Und läuft beim Baby. So, jetzt sind wir alle satt. Ne? Und du bist auch satt? Ne, mein Herz? Du hast jetzt auch wieder was bekommen, ne? Ja. Erzählst du eine Geschichte? Ach komm. So eine schöne Geschichte, erzählst du. So eine schöne Geschichte. So, ich mach mich jetzt mal fertig soweit. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ne? Ich möchte nämlich jetzt nochmal rausgehen. Ich muss auch noch ein bisschen was besorgen. Und ja, dafür schminke ich mich jetzt mal zu Ende. Hab's auch heute Morgen angefangen, ne? Und dann aufgehört. Ja, aber so ist es, ne? So ist es, ne? Mit uns. So sind wir, ne? Du bist so süß. Du bist so süß. Lecker war's übrigens, das Essen. Hab ich das jetzt grad schon gesagt. Ich hab noch so starke Kopfschmerzen. Ich hab mir hier irgendwie heute Nacht was gezerrt. Hatte ich das vorhin schon erzählt? Ich weiß es gar nicht. Ich wollte mir eigentlich ein Kirschkernkissen drauflegen. Aber dann war natürlich wieder alles andere wichtiger, ne? Dann war wieder alles andere wichtiger. Gell? Naja. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Nehmen auch nichts. Also keine Tabletten. Übrigens nehm ich weiterhin dieses, wie heißt es nochmal, Buchshornklee und keine Ahnung. Ich blende es euch mal ein, wie es heißt. Oder zeige es euch dann später. Da hab ich mir jetzt nochmal was aus der Apotheke geholt. 16 Euro hab ich dafür bezahlt. Also 15 Euro noch. Genau. Und Stillkugeln hab ich mir jetzt schon des Öfteren gemacht. Hab die Kamera ausgegangen und ich hab's gar nicht gemerkt. Also, hatte ich euch auf Instagram gezeigt, dass ich mir Stillkugeln gemacht habe. Dann haben mich auch ganz viele gefragt, für was die sind. Und, ja, das ist einfach so ein Energielieferant. Und man soll auch nicht mehr als drei Stück essen. Kalorien und so. Einfach für die frischgebackenen Mamas, die jetzt vielleicht nicht so viel Zeit haben. Ja, wenn sie zwischendurch Hunger haben, so rum. Also, ne? Dass sie da einfach was haben, was sie stärkt. Ne? Genau. So. Okay. Ihr habt euch bestimmt gewundert, warum ich hier sitze, ne? Äh, ja. Es geht einfach schneller. Ne? Es geht schneller. Und immer was zu trinken dabei. Ganz wichtig, ne? Ich hab immer so einen Durst und ich esse so viel Schokolade im Moment. Also, nehmt euch da bitte kein Beispiel. Richtig schlecht. Aber, ja. Ich kann's einfach nicht lassen, ne? Vielleicht durch die Schwangerschaftsdiabetes. Ich weiß es nicht. So, jetzt muss ich mir noch einen Niedstrich ziehen. Wo ist denn mein Lieblingsteilchen? Hä, bin ich jetzt doof? Ich hab das übrigens alles noch hier. Von der Berlinale. Ach, da ist es. Oh Gott. Du hast vor lauter Bäume de Wald nicht gesehen, ne? Und jetzt brauchen wir noch den Pinsel dazu. Okay. Ich zieh mir schnell den Niedstrich. So. Das mach ich aber hier am großen Spiegel. So, voll übertrieben mit dem Niedstrich, ne? Und hier die roten Stellen. Die decken wir jetzt wieder mit der Brille ab. Ja, ich hab das Produkt neu. Und das ist jetzt das dritte Mal, dass ich das verwende. Und deshalb muss ich noch ein bisschen üben hier mit dem Pinsel. Meine anderen zwei liebsten Produkte sind nämlich leer. Und deshalb hab ich mir jetzt das gekauft in der Druckerie. Also bei der M war ich. Und zwar ist das von L'Oreal. Das ist so ein Pöttchen hier. Schaut. So, und hier hat man dann diesen Pinsel. Wie nennt sich das denn? 01 Pure Black. Also ist schon echt cool. Aber ich muss halt noch so ein bisschen irgendwie sagen. Und hier ist meine neue Mascara. Die hab ich geschenkt bekommen. Mein Neuab-Mascara? Ist das männlich oder weiblich? Naja. Egal. So, also. Jetzt, ne? Bisschen übertrieben. Wie gesagt, mit dem Niedstrich. Ich hoffe, dass wir nur spazieren gehen wollen. Aber so ist es halt jetzt, ne? Gehen wir? Gehen wir nochmal raus? Ja, ne? Auf jeden Fall. Noch die Sonne genießen. Ich muss übrigens meine Uhr auch nochmal zum Juwelier bringen. Weil die total spackt. Also mal bleibt sie stehen, dann läuft sie weiter. Die hat mir ja mein Mann geschenkt. Genau. Ne? Zum Geburtstag. Zum Geburtstag, ne? Aber nicht für einen Geburtstag, für zwei. Also ich hatte noch einen Gutschein. Vom Jahr davor. Ne? Weißt du das noch? Da warst du noch gar nicht da, ne? Da warst du noch gar nicht da, ne? Ja, du erzählst eine Geschichte. Du bist so süß. Du bist so süß. Bist du so süß? Weißt du nur deine Mütze ab? Hm? Okay, also dann kämme ich mir jetzt nochmal die Haare. Und dann gehen wir gemeinsam nochmal eine Runde raus. Meine Küche sieht einigermaßen okay aus. Aber nur einigermaßen. Deswegen zeige ich es nicht. Und hier drüben ist leider auch noch nicht so viel passiert. Aber ich genieße jetzt einfach die Sonne draußen. Das ist jetzt wichtiger. Okay, los geht's. Ich habe natürlich wieder meinen Schlüssel vergessen. Und wenn ich jetzt gerade schon hier bin, dann kann ich euch ja nochmal ganz kurz das Produkt zeigen, von dem ich vorhin erzählt habe. Also Buchshornklee. Keine Ahnung. Wartet. Steht gerade da. Das ist es. Ähm. Aktivierter. Buchshornklee. Kapseln. Meine Güte. Es ist aber auch ein langes Wort. So, jetzt haben wir es aber wirklich. Jetzt hole ich noch schnell meinen Schlüssel. Und dann gehen wir. Also, bis gleich. So, wir sind wieder da. Schön war es draußen. Die Bella hatte Spaß. Ne? Der kleine Liam war schön an der frischen Luft. Das war richtig schön. Ne? Das Wetter muss man ja auch nutzen. Jetzt mache ich ihn mal frisch. Ich wollte euch aber noch ganz kurz das Outfit zeigen, weil das so süß ist. Wartet mal. Ich zeige es euch. Da ist es. Das ist das super süße Outfit. Und das Teilchen hier, das hat ja meine Schwester einem meiner Kinder geschenkt. Schaut, das ist von Benetton. Und das Halstuch hier. Voll süß. Findest du das auch süß? Findest du das auch süß? Hä? Hä? Ziehen wir dich jetzt um? Hm? Machen wir dich frisch? Du schaust wieder zu deinen Punkten, ne? Mal was Neues. Nein. Was ist denn da los? Ja, richtig süß, ne? Was Neues und auch was von deinen Brüdern, ne? Hast du an? Ne? Ja. Okay, meine Lieben, also ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle von euch. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ich euch wieder mitgenommen habe und dass ihr wieder einen kleinen Einblick bekommen habt. Falls ihr irgendwelche Video-Wünsche habt, dann lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare, ob ich mehr kochen soll, ob der Max mehr mit dabei sein soll oder ob wir, ja, keine Ahnung, eine Challenge wieder machen sollen oder zum Beispiel ein, ja, Labervideo über irgendein Thema, was euch interessiert, ob ich mal wieder ein Q&A drehen soll, ne? Habe ich mir schon alles überlegt, lasst mich das sehr, sehr gerne wissen, schreibt es einfach unten in die Kommentare, da freue ich mich natürlich und ich freue mich auch über euer Feedback. Du lenkst mich ab, ne? Du lenkst mich ab, ich muss die ganze Zeit zu dir schauen, ne? Ja. Genau, schreibt mir das sehr, sehr gerne. Ansonsten könnt ihr diesen Kanal kostenlos abonnieren, das wisst ihr ja, dann verpasst ihr keine Videos mehr von uns, da würde ich mich wahnsinnig freuen. Und genau, dann verabschiede ich mich jetzt, lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Nicht zu dir tschüss sagen, ne? Ich bleib noch bei dir. Genau, ich zieh dich jetzt um, ne? Erzähl mal, erzähl mal eine Geschichte. Warte schön draußen, warte schön. Also, tschüss!